Die Schweizer Filmpremiere auf SRF 1. Warum rauf der deutsche Reis? Mensch, deutsch Servicepersonal, deutsch Manager. Am Schluss haben wir deutsche Bundesrat. Ein kleiner Umfang mit gravierenden Folgen. Das heißt, dass ich jetzt Deutsch spreche oder was? Machen Sie sich keine Sorgen. Ein Schweizer Patriot. Wie kann ich auf deutsche Schweizer Feuerwehr befehlen? Ja, das geht nicht. Wechselt unfreiwillig die Seiten. Sie müssen aber lernen, das anzunehmen. Ne, vorher sterbe ich. Martin Rappold. Ich bin nicht Deutsch. Plötzlich Deutsch. Sonntag, 20.05 Uhr, SRF 1.